Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim großen Preis von Spanien in Barcelona, der Fahrerkehre mit Alfa Tauri, beim mittlerweile schon siebten Lauf der ersten Saison in der Form 1, sage ich halt mal. Nachdem wir in Monaco echt ein unfassbares Rennen hatten für Monaco-Verhältnisse, vor allem, dass da eigentlich nicht so viel los ist, aber das war ja völlig bis ans oberste Limit gepufft, beziehungsweise sogar vielleicht sogar ein bisschen drüber waren diese eine Runde, die ich daraus gepfeffert habe mit diesem Auto. Also das war auf jeden Fall über dem Limit. Also das war ja wohl am Ende die schnellste Runde des Rennens, somit auch die erste schnellste Runde der Karriere. Also was die Formel 1 angeht, ich meine in der Formel 2, da hatte ich ja auch die eine oder andere schnellste Runde, aber was in der Form 1 angeht, die erste schnellste Runde, mit so einem Auto mit dem Alfa Tauri halt. An diesem Wochenende könnten wir auch schon zwei Upgrades anbekommen, aber das ist auch nur rein theoretisch. Erstmal können wir viel für den Upgrades versuchen zu machen, wegen über 2000 Ressourcenpunkten. Und zwar, nicht bei der Eurodynamik, aber beim Chassis, doch safe, ja natürlich beim Chassis. Können wir ein kleineres machen und, achso ja, zurück. Dann fehlen wir noch beim Motor, und nein, können wir gar nicht mehr, wir haben noch so viel übrig, aber können wir beim Motor auch nichts mehr machen, aber gut. Okay, dann können wir aber jetzt noch nicht die Zeit verspuren, weil wir noch ein Event haben beim Chassis, nur fahre an, dann können wir plus 1000, okay. So und jetzt, ich weiß nicht, was sind das für Upgrades, waren das große, hoch, oder ein kleines, alles beides kleines, ich weiß es nicht. Mal sehen. Aber ich mache mir irgendwie nicht so große Hoffnungen. Oh, die kommen auch weiter an, oh, Let's go, man ey. Richtig gut. Und damit sind wir, oh, vor Haas auf jeden Fall an diesem Wochenende, so gut wie noch nie. Und sind auch richtig gleich auf mit Alpine und Williams. Richtig geil. Und jetzt können wir bestimmt safe noch ein Upgrade machen, oder? Gehe ich mir davon aus zumindest, weil, wo fand ich der auf Dynamik vor allem auch? Safe zumindest. Oder? Ah, nee, noch nicht. Okay, gut, auch gut. Wo ist denn das andere Upgrade angekommen, beim Motor ist das noch angekommen. Ja, aber da können wir was machen, können wir sogar noch zwei machen, wenn ich mir das so ansehe. Ja, können wir zwei, beide so machen. Bei Motor sind wir sogar auch das beste Team jetzt einfach mal, wow. Okay, krass, da sind wir sauf da beim Motor. Eieieiei. Okay, gut, da wären wir also jetzt endgültig beim Rennwochen angekommen, diese vier Tage, drei Tage sind schon um. Bin gespannt, wie es gehen wird, ob es wieder um Punkte gehen kann. Jetzt vor allem, wo es also nochmal einen Fortschritt nach vorne gemacht hat, natürlich. Mal sehen. Le iterate. Mal sehen. oh ja die abgültige machen sich auf jeden fall bemerkbar und wie sie sich bemerkbar machen boah 14 1 ganz kann man hinterher verstanden ich hab da ein bisschen ungroßes gefühl aber wir haben auf jeden fall mal ein paar abgültige machen es wird auf jeden fall sehr gut helfen mal sehen es könnte aber auch für gut 2 reichen wie der fahrne boah ja man auf den plätzen 8 und 11 kommen wir sogar weiter wow die abgültige machen sich auch bemerkbar auch bei unserem teammate auf jeden fall da ist sie auch einfach mal 11 voll souverän ohne unter Druck dabei zu sein es nicht geklischt zu haben ja und dann haben wir hier wieder so eine flitzpiepe von Stroll der absolut nichts gebacken kriegt Ocon ist raus ok Ocon ist noch nicht so tragisch ja dann oh ich meine die Autos sind alle die zweite Hälfte des Feldes ist alles combat life auch ziemlich da kann auch mal ein Alpine rausfliegen natürlich aber so ein Stroll das sollte doch niemand nicht mal an mir ein Problem sein da mal rauszukommen meine Fresse aber offensichtlich kriegt das nicht gebacken aber gut dass der der einer der schlechtesten KI-Fahrer in dem Spiel ist wissen wir von der Milding Karriere je oft der der letzte war so weit kann man gar nicht zählen glaube ich so weit so 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 sie ist deutlich langsamer als oder was deutlich langsamer aber das ist ja über zwei zehntel langsamer als ein Q1 was doch gar nicht so eine gute runde aber gut angeführt hat sie sich ja dann muss ich von nochmal rausfahren natürlich logischerweise aber trotzdem keine achtzehntel langsamer einfach ok so so dann ja auch guter zwölfter also wenn ich nochmal also wenn ich die Zeit von mindestens mal Q1 schaffe wäre es aber auch nur für Pierre reichen ne der ist doch richtig stark mit dem Alpine ey nur eine halbe Sekunde hinter der Spitze mit einem gleichwertigen Auto wie unserem wow stark während du kommst ja schon raus ist sowas ja 1 Das war aber auch eine sehr gute Runde. Aber es reicht nicht für eine Portion Verbesserung, aber vielmehr würde ich lieber ohne gehen. Boah, es hat mich für diesen Kurven ein bisschen viel mehr getan. Das könnte es schon gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das reicht. Die Zehntel kann viel ausmachen, aber... Boah, das weiß ich. Trotzdem haben wir ein Zehntel langsam was in Q1 immer noch. Boah, es muss schon echt eine sehr gute Runde in Q1 gewesen sein. Na, es hat auch nicht gereicht. Platz 11 leider nur. Schade, schade. Aber selbst wenn, also wir hätten schon unsere beste Runde gebraucht an diesem Wochenende, um eben halt in Q3 zu kommen und Gasly wegzukicken. Wenn er in 14.0 gefahren ist. Also das war echt die gute Runde. Ich weiß nicht, ob das so viel mehr gegangen wäre. Aber auch stark von Daniel. Zwölfter, Elfster und Zwölfter, wow. Aber es zeigt, dass das Auto auf jeden Fall Fortschritte macht. Mein gut, Gasly ist der einzige, den wir hätten noch schlagen können. Als Team auch, na. Weil der halt ähnliches Auto hat. Aber Platz 11 und 12 sind trotzdem sehr, sehr gut. Vor allem auch alle, ziemlich für alle geschlagen, die wir schlagen können müssen. Und sogar noch Swall als Bonus. Dafür Gasly halt nicht, aber trotzdem sehr stark. Im Rennen, mal sehen wie es da wird. Punkte, natürlich wieder Ziel. Zumindest einer oder so. Und vielleicht auch doppelte Punkte wieder. Wer weiß das schon. Auto noch besser als in Monaco und in Moda logischerweise. Ja, auf ins Rennen. Auf ins Rennen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. So, purer Sonnenschein. Obwohl dann ja gut zu purer Sonnenschein. Sieht ein bisschen bewölkt auch aus. Aber es soll nicht Regen zumindest. Also das war auch das eine. Gute oder keine Ahnung. Regen macht eigentlich schon Spaß. Würde ich sagen. Ähm. Soft Medium. Okay. Okay. Na gut. Wenn uns das schon mal vorgeschlagen wird, dann machen wir das doch einfach auch mal. Oh ne. Benzin, 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 Benzin. Das muss man jetzt nicht übertreiben. Machen wir wieder 0,5 Liter mehr rein. Und dann können wir loslegen. Platz 11 und 12 Punkte natürlich in greifbarer Nähe wieder. Gasly wird unser Gegner sein natürlich. Vielleicht auch doppelte Punkte wenn jemand vorne ausscheidet oder so. Wer weiß. Los geht's. Boah. Alonso sogar mit Tart und Pierre auf Mediums. Oh. Okay. Okay. Na den Start hat es ja mal völlig verpennt jetzt gerade. Ach du Heiliger ey. Wie schlecht kann man denn starten ey. Sind ab jetzt immer völlig verpennt jetzt. Irgendwie aber noch ganz gut gehalten würde ich sagen. Und können vielleicht sogar jetzt noch irgendwie was gut machen. Daniels neben uns. Achtung Achtung. Oh. Pierre gegen Alonso. Oh. Jetzt werden die ganz langsam. Ja. Hätte ich rechnen müssen damit. Oh. Was ein hektischer Start aktuell schon. Aber Alonso kann man sich schnappen. Der hat nur harte Reifen. Ah. Ja. Ich geh hier innen lieber hin. Ich geh lieber hier innen hin. Ha. Lieber hier innen hin. Und setzen uns vorbei. An Fernando. Haben wir aber noch einen Platz? Nein. Wir haben keinen Platz zu lohnen. Und vielleicht geh nur noch gleich Pierre. Der mit Mediums nur unterwegs ist. Boah. Alter. Von mir. Von mir. Zu mir. Jetzt hier direkt. Mann von 1 Rennes. Boah. Ah man. Jetzt hab ich bisschen gezögert. Oh. Und. Unser teammate. Gegen Fernando. Und setzt sich durch. Let's go. Daniel. Let's go. Mann. Ah. Hab ich gezögert gegen Pierre. Aber. Come on. Ja. Wir haben einen super Top-Seed. Sollten wir haben. Wegen dem Andries. Immer das beste Team. Ja. Aber. Oh. Und da vorne geht es auch zur Sache. Mit Pierre. Für den beiden McClowns. Wenn die jetzt hier vielleicht. Sie streiten. Dann freut sich. Der dritte. Oder der vierte in unserem Fall. Ja. Ja. Jetzt haben wir gegen Pierre. Come on. Jetzt. Ja. Jetzt haben wir die Chance gegen Pierre. Super Ausgang. Jetzt schön da außen. Einfach ausbeschleunigen. Und sind vorbei. Let's go. Und da haben wir auch. Oh. Da geht es zur Sache. Auch die beiden Ferraris. Seite und Seite. Pinotos. Der nur mit hartem Reifen unterwegs ist. Oh. Immer so ein Seite. Die beiden. Was zur Hölle. Was machen die denn hier. Ich kriege keine Ruhe. Oh. Wir sind hier völlig am Fliegen grad. Oh. Daniel. Oh. Gegen Pierre. Aktuell werden das hier dann doppelte Punkte. Während die beiden Ferrari sich noch gar nicht in Ruhe lassen. Boah. Wir könnten hier Noahs einfach außen. Ah. Überholen. Hat ein bisschen der Schwung leider gefehlt. Oh. Und der Pierre. Oh. Jetzt auch Pierre sie gegen Leclerc. Alter. Hier geht's ab. Hier geht's ab. Muss sich jetzt mal gegen Alonso verteidigen. Oh. Was machen die denn. Leclerc hat hier ein bisschen langsam sein. Irgendwie. Oh nein. Oh nein. Was tue ich hier. Wieso außen. Wieso will ich da außen hin. Jetzt wir gegen Noahs. Und sind wir Bayern den. Was zur Hölle ey. Ach. Leclerc hat auch auf hartem Reifen. Deswegen ist der Uso langsam. Warum geht man auf hartem Reifen eigentlich. Ich kapier's nicht. Ja gut. Die mit den hartem haben natürlich einen ganz viel Nachteil. Auch gegen so einen Alfa Tauri. Aber leider reicht der Schwung hier noch nicht aus. Ich glaube vielleicht auch der Zieh ist direkt überholen oder? Naja. Es war sehr guter Durchgang. Ausgang. Wir haben zwar beides DS. Aber komm. Zieh. Boah. War der Topspeed. Ah. Er hat er verteidigt oder? Ah ne. Noch nicht. Na gut. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Kann man aber. Jetzt kann man aber außen rum überholen mit dem. Sooo. Und wie wir ihn können. Und Leclerc macht noch ganz ganz komisch. Ist auch krass. Und das heißt auch mit hartem Reifen. Wow. Viel mit hartem Reifen unterwegs. Oh. Gelb. Oh. Das ist ein Mercedes. Ein Mercedes mit dem Problem. Doch was machen die denn? Was macht denn der PSDO? Ja okay. Danke. PSDO dass du mir die Pusion. Oh. Achja. Wegen Gelb. Wegen Gelb. Da hatte ich nicht gedacht. Stimmt. Er war ja Gelb. Okay. Hatte ich ja nicht. Somit mit dem Dankeschön. Wir durften ihn ja gar nicht überholen. Wenn der Süß ist. Was macht er denn auch? Warum wird er jetzt so langsam? Warum macht er so komische Bewegungen? Um was auszuweichen? Er fährt einfach einen weiteren Bogen wie wir. Er ist einfach 6. Grad in dem Rennen. Danny müsste auch schon 11. oder 10. sogar sein. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir schon wieder Gelb. Weil sich schon Alpine weggedreht hat. Das muss wahrscheinlich Wokon sein. Oder der Unproblem. Ja ne der hat sich nur gedreht. Wokon muss gewinnen. Sag mal Gassel ist ja weiter vorne gewesen. Oder ist ja weiter vorne. Er ist irgendwie so 10. Grad glaube ich. Jetzt kommen wir Nose und Leclerc an. Und wir haben auch gleich die Fange. Wir sind ja schon nahe an Piercy ran. Kommt der jetzt auch langsamer als die Esteloun hat. Auf seins. Weil die Softies auf jeden Fall mal einbrechen werden. Da sieht man auch wie hier Nose und Leclerc da mithalten können auf einmal. Alonso auch gerade vorbei mit Pierre. Aber wir haben da so ein bisschen Probleme an Piercy dran zu bleiben. Das merke ich schon. Na oder auch nicht. Ich bin mir gerade so richtig da dran. Ich war aber oft eine sehr starke Runde die ich da gefahren bin. Das könnte einen Angriff geben. Und es wird sogar ziemlich sicher einen Angriff geben. Oh ja. Und was ja. Boah. Der Top Speed der ist echt so ganz schön stark. Äh gut. Ist ja logisch. Sogar noch Fumann bremsen vor ihm. Boah. Wir sind ja einfach gerade Fünfter in diesem Rennen. Was. Äh gut. Aber es wird so nicht enden glaube ich. Da haben wir halt vor allem noch so Nose und Leclerc. Die dann auch Mediums haben werden. Mit gleichen Reifen. Und so. Piercy kann ich mir nicht vorstellen, dass wir den schlagen können heute. Da werden wir halt von insgesamt 8. Mindestens nur. Haben wir noch einen Alonso auch ebenfalls. Der eigentlich ein starkes Auto hat. Ja. Okay. Wir sind in dieser Runde in die Box gekommen. Alonso und der McCloud und Nois. Sind auch schon jetzt in der Box. Also die machen sich einen schön Undercut auf uns. Na ja. Gut. Äh gut. Alonso wird vielleicht nicht so dramatisch. Aber zumindest gegen Nois könnte vorbeikommen. Oder würde vielleicht nicht vorbeikommen. Aber wir sind in der Runde auch in die Box gekommen. Also. Und vor allem gegen. Äh nicht Nois. Piercy meine ich. Okay. Ab in die Box. Tja. Die Boxen ein. Pfad nicht versemmeln. Ja. Gut. Jetzt wieder Duell. Der Boxengaku. McClown gegen AlphaTaur diesmal. Diesmal ist McClown. Dann sehen wir halt vorne. Gassi war beim letzten mal vorne. Da haben wir ihn dann überholen können. Boah. 0,0 Alter. Perfekt. Wenn das jetzt nicht reicht vor dem zu bleiben. Vor dem McClown. Na easy. Super. Easy. Boah. Und die Jungs sind echt stark. Haben uns sogar wieder einen kleinen Football rausgefangen glaube ich. Ja gut. Da haben wir. PSP vorbei. Boah. Aber da steckt jetzt in einem Sergeant fest. Hier in Williams. Es gibt unsere Chance natürlich wieder zu Konnan damit. Oh Sergeant. Na let's go man. Oh. Ich war der Piersyuna. Voll Fehler. Was macht denn der? Danke Piersyuna. Danke Oscar. Ui. Danke Oscar auf jeden Fall. Oh. Aber der hält ja auch immer mit oder was. Na ne. Jetzt ist er vorbei. Danke Oscar für diesen Fehler. Danke Sergeant dass du den wohl aufgehalten hast. So gut. Das gefällt mir sehr gut. Also wenn ich den langsam Williams aus dem Weg räume. Boah. Achtung. Es wird er langsam sein. Oh ja. Wie langsam das sein wird. Ach du Scheiße ey. Aber jetzt einfach da innen durch. Oh nein. Zu spät. Zu spät. Glaube ich. Oder? Perfekt. Sehr gut. Können sie jetzt einen kleinen Fuf noch raus fahren. Sogar vielleicht. Jetzt kommt Danny auch in die Box. Und wir können sie einen kleinen Fuf noch raus fahren. Hehehe. Weil der Sarge schon zu langsam ist hier. Haben wir sie sogar eine Sekunde raus gefahren halt dadurch. Allein in einem Sektor. Pah. Einfach mal Lila im Mittelsektor ist wieder. Da kommt mir ein bisschen Monaco bekannt vor. Aber. Gehen wir nicht davon aus dass es trotzdem eine nächste Runde werden würde. So viel haben wir. Hamlet mit einer 15-3. Haben wir ein Fazit. Was wird das? Eine 15-3. Wir eine. Eine 15-1 von Sainz. Eine 15-4 aber. Boah. Und der Leclerc mit einer 14-9. Was. Ja. Der ist schnell der Leclerc. Er hat auch ganz schön aufgegriffen uns. In der Runde trotzdem. Aber wo wir so schnell waren. Das ist schon krass. Wie auch mit einer 15-4 kann man zufrieden sein glaube ich mit der Runde. Aber das zeigt mir was wie stark die in Monaco war auf jeden Fall. Die Runde. Oh Alter machen wir jetzt keine Angst Junge. Boah. Das DAS hat nur einen Fehler. Na gut. Da ist ja wohl nochmal zu verschmerzen glaube ich. Bedeutet das dass das DAS auf ist oder dass es zu ist? Aber ich glaube das DAS ist auf. Oder? Oder auch nicht. Keine Ahnung. Weil ich gerade zu schnell war auf den Graben. Auch in den nicht in den DAS tun. Das ist schwer von der Stelle zu machen. Wenn das zu ist haben wir ein Problem wenn die mal vorbeikommen oder wenn das jemand einen Angriff gibt. Das ist natürlich klar. Ich glaube einen Angriff wird es gleich mal geben gegen ja. Leclerc oder von Leclerc aus. Naja ne ist aber zu. Es ist zu das DAS. Und damit kommen wir von der Angriff aber wir müssen noch nicht ganz verteidigen. Zumindest. Aber in der nächsten Runde mindestens. Naja ist aber richtig nah dran. Da werde ich fast nichts machen können außer ja. Gar nichts. Und kostet uns das vielleicht sogar ein bisschen mehr Pace oder Geschwindigkeit auf den Geraden auch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Problem weil wir keinen DAS haben halt. Ja gut das ist ein Ferrari. Das wir eigentlich nicht so gut mithalten konnten und sogar überholen konnten lag eh nur daran dass die es dualiert haben vorhin. Und auch noch die meisten die halt auf den harten Reifen waren. Während wir die Softs hatten also. Ich habe ja gesagt. Die Ferraris. Wahrscheinlich auch die McLaurons. Die werden jetzt schwer zu halten sein im zweiten Stint. Aber das ist ja auch nicht unser Anspruch. Ich meine über Punkte. Ein Punkt. Ist ja schon genial. Und aktuell wird es mindestens mal nach zwei Punkten aussehen. Auch wenn Alonso vorbeikäme. Aber ich glaube sogar Alonso können wir halten. Ich glaube die mit Clown auf jeden Fall sind noch die größere Betroger als die so ein. Äh so die mit Clowns. Äh als der so ein Alonso meine ich. Ja aber keine Chance ey. Wir haben auch keinen DAS halt ne. Wir hätten es vielleicht sogar noch gehabt gegen die Klir grad so. Das hätte uns zumindest für diese Runde vielleicht helfen können. Aber ja das DAS tut ja trotzdem in diesem Moment weh. Na. Dass wir es nicht haben. Aber die würden so oder so vorbeikommen noch in diesem Rennen. Ach so ist das schon okay. Platz 7. Piersy wird aller vorerst schon im Auto vorbeikommen. Ja und vielleicht auch Alonso. Aber ich glaube Satz 9 wenn nicht nur was im Auto komplett schief geht. Ist auf jeden Fall safe. Wir haben einen riesen Fruchtball auf Piers. Und Alonso wer weiß. Vielleicht können wir den ja auch halten. Es sind ja nur noch vier Runden. Nach dieser hier. Ja. Wir haben auch wieder das DS jetzt. Oh nice. Sehr cool. Aber ich glaube auch dass trotzdem so Nois gleich vorbei wegziehen wird. Von uns. Außer der Kreis sieht den Leclerc an. Ja ne Vater. Ja. Aber da müssen wir trotzdem gleich weg sein. Von uns. Und dann wird Piersy kommen. Das ist ja logisch. Aber jetzt geht es auf jeden Fall. Von Lando gegen Leclerc. Wir haben Alonso Piersy überholt. Piersy hat keine gute Pais ey. Ohne Scheiß. Was. Können wir jetzt mal Lando hier an Leclerc vorbei. Oder können wir jetzt noch Lando da durch jetzt. Wenn die sich hier behaken. Ja können wir. Außen vielleicht. Ah. Findest du dann wieder ein bisschen der Schwung. Während. Wir haben wieder eine echte gute Pais aber auch. Ich sehe es noch hin jetzt hier. Könnt so ein bisschen mitteilen mit den beiden da vorne. Der hier ist übrigens dran an dem Haas. Da könnte auch noch was nach vorne gehen sogar. Aber ich glaube der Alpine ist der Punkt. Also er wäre Elfter jetzt. Schade. 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 Aber immerhin Platz 11 wäre er trotzdem. Nicht so schlecht. Die letzten paar Meter jetzt. In diesem Rennen. Piersy und Adonso sind jetzt nochmal rangekommen. An uns. Aber es sollte hoffentlich. Gut gehen. Wenn wir jetzt kein Vollidiot sind. Die haben sich ein bisschen bekämpft vorhin noch. Dadurch konnten wir jetzt zu gut halten. Und können auch das hoffentlich ins Ziel bringen. Aber sie verflanziert dann noch eine kleine Chance. Wenn wir das jetzt nicht gut nehmen. Dann kann er noch auf den letzten Metern vorbeiziehen. Aber dazu müsste schon viel schief gehen bei uns. Ja sehr sehr gut. Alles geklappt. Ein starker Platz 7 den wir da ins Ziel retten. Puh. Daniel leider nur Elfter glaube ich. Aber auch das ist natürlich trotzdem. Ein gutes Rennen von ihm. Keine Überragung ist aber ein gutes. Und zeigt trotzdem. Noch mal ein paar mehr Upgrades. Und es kann. Ja noch ein paar mehr Upgrades. Und dann. Können wir auch. Ähm. In beiden Autos regelmäßig Punkte holen. Aber trotzdem auch das von Riccardo war sich schon ein starkes Qualifying. Und im Rennen dann. Auch stark. Sogar den Platz noch gut gemacht gegen Magnussen. Den er da sogar noch auf Abstand bringen konnte. Ja. 5 Sekunden haben zu Gassi gefehlt. Oh. Hätte vielleicht. Keine Ahnung. Wer ist beim Stoppers nicht gegangen. Ja gut. Er war halt ein bisschen später wieder in der Box. Das wir. Dann Gassi glaube ich auch eher drin war. Keine Ahnung. Weiß ich denn. Was ist denn da überhaupt für Reifen gefahren? Der könnte auch auf Softs gefahren sein. Oder? Medium Soft. Hat er vielleicht gemacht. Kann ich mir gut vorstellen. Sollen wir mal kurz gucken. Ne. Er hat sogar wirklich Medium Hard gemacht. Naja gut. Und dann einfach auch ein starkes Rennen von Pierre. Natürlich. Wieder auch ein Punkt für Alpine geholt. Wir. Echt stark. Von 11 auf 7. Profitiert von natürlich auch erstens Russells DNF. Sonst wärst du Platz 8 schon erstens. Und zweitens auch von diesem Duell von Alonso und Piercy profitiert. Am Ende waren die schon noch nah dran. Vor allem Piercy. Also. Noch eine Runde länger. Und Piercy hat uns auch noch gehabt. Vor allem nicht. Und hätten die sich nicht doliert. Da hätte er genug Zeit gehabt. Um uns noch zu überholen. Vielleicht auch Alonso. Also. Hat schon alles auf jeden Fall zusammengepasst. Würde ich sagen. Sodass wir Plazibien retten. Holen konnten. Weitere 6 Punkte. Die auf unser Konto gehen. Und auch. Im Team aufs Konto gehen. Was dann mit 49 Punkten. Furchtpunkt. Was geht denn bei dem? Von Ab hier. Der Meid im Kehresukrotten schlecht. Und hier. Wie der beste Fahrer der Welt. Plötzlich wieder. Unfassbar. 17 Punkte. Immer noch Platz 10. Ja. Alonso. Kann gehen natürlich. Na. Kann gehen. Wenn man ganz frech ist. Und in der Konto Tours WM. Geht auch erst Martin natürlich. Doch somit. Na. Wie ich gesagt hab. Vor allem mit dem schwachen Stroll. Kann da auf jeden Fall noch Platz 5 auch sogar noch gehen. Im Laufe der Saison. Ja. Gut. Beim nächsten Mal sind wir dann beim großen Preis von Kanada. Beim achten Lauf der Saison. Mittlerweile dann schon angekommen. Ähm. Und auch wieder. Da sollen sogar 3 Upgrades ankommen. 3. Sollen es sein. In 10 Tagen. Wow. Ja. Das könnte. Das könnte dann. Wenn das ankommt. Alles. Auf jeden Fall mal vor. Mal den Sprung vor Haas schaffen. Natürlich. Aber erstmal muss es ankommen. Natürlich. Das weiß man halt alles nicht. Also. Ja gut. Das war's jetzt. Starkes Rennen in Spanien. Kann gern so weiter gehen. Natürlich. Aber gut. Es wird auch wieder schlechtere Rennen natürlich geben. Das war's jetzt. Bis nächstes Mal. Und. Ciao.